Tja hallo Hörnchen, grüß dich. Weißt du das wo heute morgen da ist oder da war oder bist du du bist du bist rötlicher soll ich mal hochkommen oder kommst du runter du schickst mich wieder, war mir schon klar. Was ist sonst? Oje, das ist wieder eins wo mich nicht so kennt. Ja Hörnchen, wir müssen mal wieder so probieren. Scheiß Kameraanstellung. Ah so ist besser. Na komm, trau dich. Tja, die Meise hat mich gesehen, zack ist sie schon wieder da. Ja komm, Nüsschen, du musst schon herkommen. Ah, die Richtung ist schon mal gut. Putzen und das Meisen ist da und will auch was. So, die Meise macht dir das jetzt vor wie das geht. Tja, die Motorräder machen wieder Krach. Tja, dem Meischen schmeckt es. Oh, und hat sogar sonst. Och, guck mal an. So, für wen soll ich mich jetzt entscheiden? Hm? Fürs Nüsschen, für die Meise, aber die haut jetzt eh ab, weil du nämlich ihr Angst machst. Na komm hier. Komm, probier's halt mal. Da hast du das bestimmt schon zugeguckt. Hm? Komm, ich halt sogar ein Ast fest. Na fein. Ja, vielleicht haben wir das schon mal gehabt. So Meischen, kannst du wieder? Du bist hier sicher. Na komm. Oder siehst du irgendwo einen Greifvogel? Das kann natürlich auch sein. Oder eine Kohlmeise. Die spielen sich auch manchmal auf. Wie ein Adler. Na komm, trau dich. Oder was so machen. Bisschen weiter weg. Nee. Irgendwas ist. Aber ich höre keine Elster. Na klar, die schleichen sich auch an, ne? Tja, Hörnchen zeigt mir nur das Hinterteil. Also, du musst jetzt schon mal kommen. Problem. Problem ist halt was so. Na los. Mach hin. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ja, jetzt doch, hm. Ist die Gefahr gebannt. Ist die Gefahr gebannt? Guck mal, wir gehen hier rein. Da bist du viel sicherer. Also, wenn der Jupp hier steht, passiert ihm nichts. Es sei denn, der geschrumpfte Adler kommt. Also die Kohlmeise. Und die Spatzen haben es ja auch auf euch abgesehen, ne? Die ägern euch auch immer. Als es hier geschifft hat ohne Ente. Wo ihr alle putschnass wart. Da wart ihr aber friedlich. Da habt ihr euch nicht so geägert. So, das Hörnchen putzt sich. Und dann kommt es gleich wieder. Dann musst du halt wieder mal auf den Ast. Oh. Läuse. Frögel. So. Komm, ich geb dem Hörnchen mal was. Okay. Nehm ich nicht viel übel. Na komm. Nein. Jetzt geht's heim. Oder ist hier noch jemand? Nein. Nein. So, Meise kann weitergehen. Meischen. Meischen. Meischen hat auch keinen Bock mehr. Na gut. Dann halt nicht. Ach. Bist ja wieder. Das wollte ich schon. Zumachen. Ah, der Film ist jetzt schon so lang. Ich mach mal aus. Und tschüss.